Und Australien so. Und natürlich aus Sicht von Australien umgekehrt. Irgendwann als Kind lernen wir, dass wir auf einem Planeten leben. Und dass uns die Schwerkraft auf der Kugel festhält, damit wir nicht sozusagen in den Himmel runterfallen, während wir ja eigentlich an einer Kugel haften und unsere Köpfe nach unten ragen. Über diese Fragen mögen wir uns als Kinder gewundert haben und fanden sie gar lustig. Doch keiner von uns würde im Supermarkt jemanden darauf ansprechen. Haben Sie schon davon gehört? Wir leben auf einem Planeten. Wir würden irritierte Blicke ernten. Das Wissen, auf einem Planeten zu wohnen, gilt sozusagen als Kinderwissen, weil es eben jedes Kind weiß, es eine Binsenweisheit ist. Doch ist das Gewohnte immer auch selbstverständlich? Wir sehen uns jenig. Wir sehen uns beim Gruppen des Groß Defiles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Erau-Tech trasf Lein zu CHRb Krys